Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der GAMS Team zusammen mit den DBXR. Hi. So. DBXR, was hast du denn zu machen? Ich hab grad gar nichts zu machen. Was soll ich dann machen? Kannst du weiter bestellen bei euch. Okay. Ist egal, wo es draufkommt. Ja. Okay. So, wir bestellen vom LU die Felder und düngen sie. Wo sind denn vom LU die Felder? Ähm, alle die am Ruf sind bei euch. Die Großen. 33, 34. 34, 41, 60, 67 und 3, 70, oder? Ja. Okay. Und 3, 60. Ja. So, meine Freunde. Wir werden jetzt die Felder düngen. Und dann werden wir sie ansehen. Und dann werden wir sie ansehen. Song So, wir nehmen jetzt das Feld Und, ja Sagst halt nachher Bescheid, wenn du was brauchst Ja Und wenn wir die Zeit vorspulen können, sagst Radon Ja So, und dann sehen wir das Feld noch an Und dann müssen wir noch ein Feld machen Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das neue Projekt gefällt, wie zum LS19 Und im LS19 werden auch so ein, seine Videos kommen mit dem DBXR und seiner Community Was soll ich denn aufs Feld ansehen? Äh, ist eigentlich egal Ist doch so Was halt am meisten bei uns am Logar ist Ja Okay 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 Und dann können wir ansehen Ja Okay Okay Und dann können wir ansehen Und das nächste Feld Binion Und dann können wir ansehen Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Projekt gefällt. Was waren das Grott für eine Legs? Weiß ich nicht. Manchmal kommen manchmal Legs wegen Steyr. Weiß ich nicht. Manchmal kommen Lecks wegen Steyr. Wo kommen denn eigentlich die anderen an? Alex arbeitet und der Rest weiß ich nicht. Ok. Was machst du gerade? Düngen und dann... Ich mache auch gerade Düngen. Und dann muss ich alles sehen. Stimmt und dann... bin ich arbeitslos. Du kannst ja mir dann helfen, wenn du das alles sehen. Ja. Okay. Abonnieren. Einen verschwindet halt. Er? Was früh? was habt ihr noch am Server gemacht, sonst dabei nicht da war? Nix, eigentlich, hast geblieben und wie läuft der Server ruhig oder wuckelt es manchmal? Nö, ruhig Alles gut Jetzt muss jetzt GPS noch einstellen So, und da wird die Luft Oh Und wie geht es da so? Und was ist gut eigentlich mit dir? Ah gut. Jetzt habe ich nur so einen Stresscode wegen der Schuhe. Okay. Da habe ich nicht eine Zeit gehabt, um ihn aufzunehmen. Haben wir eigentlich das Kreuzbleib wieder aufgeschmissen? Ne, ist er rausgemacht. Okay. Weil es wegen dem nur rumgeleckt hat wie so. Er sucht bei mir auf dem privaten Safe Game Black Swing an Kreuzbleib nicht. Aber hier schon. Mit dem... Weiß der Leck nicht, aber so ähm... Dass man einmal zum Beispiel, ähm... Köspel anmacht zum Beispiel ich. Und du danach mit dem Block fallen willst, geht es nicht. Okay. Okay. Das ist das Problem. Weißt du schon auf den LS-19? Ja. Okay. Was sind da schon vorgestellt? Ja, locker. Am ersten Tag vorgestellt schon. Okay. Und Scheibe zu machen. Mitten aufmachen. Passt. Und weiter geht die Luzi. Was ist denn jetzt auf dem Server? Ähm, wir sind jetzt 10. Okay. Und Charles? Was? So, das Feld machen wir fertig und dann sehen wir dieses Feld an und dabei können wir das andere schon weiter machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch den LS19 aufholt. Und danke für den krassen Support und danke für die Abonnenten. So, danke, danke. So, danke. So, noch ein paar Runden und dann sind wir mit diesem Feld fertig und dann kann der TBXR ansehen. So, noch ein paar Runden. So, noch ein paar Runden. Untertitelung des ZDF, 2020 So, gleich fertig und dann können wir ansehen. So, und schon sind wir am Ende angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Schreibt ein nettes Kommentar, wie euch das Video gefällt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.